Boah. Oh, oh, ich glaube, die Security kommt schon. Alter, ich hab mich richtig ärger gehabt. Wenn ihr das nochmal macht, dann fliegt ihr von der Messe. Ja, Entschuldigung. Hey, Leontien. Ja? Guck mal, das RTL gibt's richtig krass Interview gerade, ne? Genau. Weißt du, was ich jetzt machen würde? Was? Du läufst da jetzt mal hin und schreist erst mal, Mama, ich bin im Fernsehen, okay? Okay. Alter. Du brichst jetzt einfach bei dem einen und klaust was, okay? Komm, ich schenke. Hey, nicht klauen. Ey, lass dich mal abholen. Hey, Leute, ich muss euch mal gucken, Leontien ist jetzt erwischt worden, was wir jetzt machen. Ja, Mann, ich geh mal langsam weg. Ich würde jetzt mit dem Polizeiwagen auf die Gamescom fahren. Hey, Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen mit meinem Video hier auf meinem Kanal. Ja, froh, du bist Special Guest, aber zwar in Leontien. Nein, nein! Alter, schrei nicht so, das Mikrofon ist doch da. Die Leute kriegen den Hörsturz. Leute, heute machen wir, wenn ich du wäre. Das heißt, aber nicht mit, wenn ich du wäre, du darfst mir eine Aufgabe stellen. Sondern ich die ganze Zeit hier. Hast du Bock? Ist das denn in Ernst? Ist so. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, schon mal mit der ersten Aufgabe, Leontien. Komm, Moment, ich hab mir schon was überlegt, Leute. Nee, Digga. Mann. Den werde ich jetzt richtig hopsen, Leute. Let's go, wir gehen jetzt erstmal. Die Mädels da, die wollen ein Bild mit dir, ne? Fangen mal so, hey, wollt ihr ein Foto mit mir machen? Und dann sagst du einfach nein. Hey, wollt ihr ein Foto mit mir machen? Ja, bitte. Nein. Hey, jetzt hinter dir sind die Nächsten, sagt Jungs, jetzt haut mal ab hier in Privatsphäre. Jungs, jetzt haut mal ab hier. Ja, haut mal jetzt ab hier. Nein, also nein. Alter, du hast dir die Richtshops genannt. Ja, ich hab die Richtshops genannt. Ey, komm, wollen wir nicht zu deinen Jungs vor deinem Video sein? Ja. Okay, wen willst du grüßen? Ich grüße Elix und Arep. Okay. Ich grüße Arep. Und ich grüße Ronaldo. Let's go, Leontien, komm, wir gehen weiter. Ich will auch mal grüße, ich grüße, äh, ich grüße, äh, gleich mal A. Okay, let's go. Hey, Leontien. Ja? Guck mal, das RTL gibt's richtig krasses Interview gerade, ne? Genau. Weißt du, was ich jetzt machen würde? Was? Du läufst da jetzt mal hin und schreist jetzt mal, Mama, ich bin im Fernsehen, okay? Okay. Let's go, Leute. Gehst du durch? Ja. Alter. Alter, Leute. Der hat voll durchgezogen. Ich hab's gemacht. Ey, Leontien, hast du gemacht? Ja, ich hab's einfach durchgezogen. Boah, haben die was gesagt? Nein, die haben gar nichts gesagt. Ey, du hast richtig krass durchgezogen, ne? Ey, dann würde ich sagen, komm jetzt mal zur nächsten Sache, Leute. So, Leontien, jetzt kommen wir zur nächsten Aufgabe, ne? Ja. Wenn ich du wäre, ne? Super, wir sind hier bei SK Gaming, ja? Lauf mal gleich auf die Bühne und sag dir mal, ihr habt eine richtig geile Bühne und schöne Grüße, wenn ihr das Mikrofon gebt, sagst du schöne Grüße an Big Spin von Marvin, okay? Ziehst du durch? Ja. Let's go, Leontien, lauf. So, Leute. Stopp, der jetzt ist mein. Oh mein Gott, ey, der rennt jetzt dahinter. Boah. Komm, mein! Hallo? Entschuldigung. Entschuldigung. Kannst du ganz kurz? Nein. So. Geil. Hey, Leute. Ey, aber du hast dich richtig durchgezogen, ne? Ja, ich weiß. Alter, guck mal den Böcker-Pommes-Merch an. Mein Gott. Richtig geil. Willst du jemanden grüßen? Ja, ich grüße meine Eltern und meinen Papa dahinten. So, Leontien, du hast dich richtig durchgezogen. Ja. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Du siehst ja hier den Dragonball-Start, ne? Ja. Man darf ja überhaupt nicht hinter die Absperrung gehen. Nein, das ist verboten. Sie sind da richtig sauer, sind die da. Ja, ja. Du machst jetzt so, du gehst da runter und machst so Kamehameha, okay? Ja. Aber hau nichts um und so. Dann kriegen wir so ein bisschen Ärger, okay? Let's go, Leontien, zieh durch. Alter, Leute, Leontien, zieh durch. Boah. Boah. Oh, ich glaube, das ist die Grüße, die kommt schon. Du fliegt da runter. Boah. Alter, ich bin richtig Ärger. Ja, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Ich dachte, wenn du etwas mit dir am Schmarrn brucht hast, meine Pässe. Vermoten ist das. Ja, okay, tut uns leid. Ey, du hast schon krass durchgezogen, aber beim nächsten Mal, du hast kein Kamehameha gemacht, ey, lass mal weiter. Wenn ihr das nochmal macht, dann fliegt ihr von der Messe. Ja, Entschuldigung. Ja, Digga, lass mal weiter jetzt. Boah, was ist mit dem los gewesen, ey? Geh mal, stell dich mal vor, ich frage, ob er kämpfen will. Nein. Lass auf, dass es endlich umläuft. Boah, guck mal, gib ihm mal die Hand. Alter. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut. Magst du jetzt ein Foto machen? Sag ja, dreh dich um. Ja, komm. Alter, Leute. Boah, der ist ja richtig krass. Ey, du siehst richtig gut aus. Dankeschön. Boah. Dann bin ich da. Dann lass mal weiter. Aber der sieht auch gut aus. Ja, das stimmt. Boah. Also dann, viel Spaß noch. Ciao, ciao. Alter, Leontien. Ey, das war ja richtig krass. Der ist ja voll das Monstersteher. Ja, ey. Ey, Leontien, jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Guck mal, hier sind richtig viele Leute, ne? Ja, ich seh's. Boah, weißt du, was ich jetzt vorhabe? Ey, aber mach jetzt keinen Blödsinn. Nee, und zwar, du könntest ja wieder so einen Song. Burger Pommes auf die 1. Pack die Pommes in den Burger rein. McDonalds geht so jederzeit. Wir bauen jetzt gerade so eine Bühne auf, ne? Ja. Weißt du, was ich für eine geile Idee habe? Na? Du gehst jetzt gleich mal auf die Bühne. Ja. Da vorne hab ich ein Mikrofon gesehen, bei der Wasserflasche steht da eins. Da gehst du gleich mal hin und tust einfach den Burger Pommes auf der Bühne. Ey, traust du dich das? Ja, okay, komm, ich mach's. Siehst du durch? Ja, ich geh durch. Alter, du bist der krasseste Leontien. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Ey, guck mal hier. Die sind auch alle am Schlafen noch, ne? Wo? Ich frag dich doch erst mal, ob die gut drauf sind. Und dann sagst du so, ich sing jetzt erstmal meinen Song, okay? Okay. Let's go, Leontien. Komm mal mit. Alter Leute, guck mal, wie viele Menschen hier einfach sind. Guck mal, da ist das Mikrofon. Geh mal schön auf die Bühne und mach das mal. Ich warte hier. Ja. Alter Leute. Hallo? Seid ihr alle bereit? Ja! Burger Pommes auf die 1. Pack die Pommes in den Burger rein. McDonalds gehen zu jeder Zeit. Burger Pommes auf die 1. Alter, Leontien. Danke, dass ich einen Auftritt hatte. Danke für die kleine Musik. Ey, Leontien. Die haben dich richtig gefeiert. Ja, das war richtig krass. Du hast voll durchgezogen. Wie war's? Richtig krass, ey. Ey, Leontien. Ja. Wir machen das jetzt so die nächste Aufgabe, ne? Ja. Wenn ich du wäre, der Nächste, der ein Bild mit dir machen will, ne? Ja. Dann sagst du, ja okay, machst du. Nimmst ihm sein Handy. Und steckst es ein und sagst, das gehört jetzt mir. Weißt du? Okay, mach ich. Ey, aber du gibst ihm das erstmal 1-2 Minuten nicht wieder, ne? Genau. Da hast recht. Leontien? Ja. Ich glaub, da links hinten kam welche. Der hält das Handy schon so. Frag den mal, ob er ein Bild machen will mit dem Nike-Rotzak. Sollte Leontien, geht der erzählen? Ja. Alter. Wie braucht er den jetzt erwischt? Es geht. Kannst du mich? Leontien! Willst du ein Foto machen? Oh ja, dann will ein Bild mit dem machen. Ja! Willst du mit dem Video sein? Willst du mit dem Video sein? Ja, meine Lieben. Oh nein, warte ich nicht. Du sagst, wir können ein Foto machen. Ey, warte, warte, warte. Kann ich gar nicht? Ich mach das Foto. Weißt du was? Ich steck das jetzt ein. Alter, Leontien ist das richtig sauer. Alter, Leontien ist das richtig sauer. Nein, das ist jetzt meins. Das ist jetzt meins. Das ist jetzt meins. Alter, das ist richtig. Ich hab jetzt das Handy weggenommen. Nein, das ist jetzt meins. Hier. So, aber jetzt beschlagnahme ich das Handy. Alter, Leute, Leontien. Ey, Leontien. Ja. Was hat er gesagt? Ja, ey, ich glaub, der war ein bisschen sauer. Warst du sauer? Hast du gedacht, du kriegst dein Handy wieder? Nein, ich war nicht sauer. Willst du jemanden grüßen? Ähm, Ben und Oskar. Okay, schöne Grüße. Komm Leute, wir gehen weiter. Ey, das hast du aber richtig gut gemacht. So, Leontien. Ja. Guck mal, wir sind jetzt hier bei Fortnite Lego angekommen. Richtig geil. Ja. Ich würd sagen, guck mal, diese richtigen Schlangen. Weißt du dich jetzt machen? Ja. Wir drängeln uns einfach an allen vorbei. Du oder ich schon auf Ruhe? Ich komm mit. Okay. Ein Stück anstellen hier. Ja. Komm mal wieder zurück, Philipp. Ja, machen wir. Wenn ich mich normal sehe. So, komm jetzt. Ey, komm, wir gehen durch. Komm, Leontien. Da drunter. Sorry, wir müssen durch. Alter, Leute. Ey, wir haben uns einfach hier durchgedrängelt, ne? Ja, wir haben uns einfach durchgedrängelt. Ey, ich glaub, jetzt gehen sie richtig sauer auf uns. Komm mal mit. Ja, ja. Du gehst jetzt einfach da zocken, okay? Spiel mal einfach. Ich weiß doch gar nicht mal, wie das geht. Ja? Ey, ich glaub, wir kriegen jetzt richtig Ärger gleich. Ja. Lass mal schnell hier wieder abhauen. Oder was meinst du? Guck mal, der filmt uns schon da vorne. Ja, ja. Komm, wir gehen mal schnell wieder, ne? Ja, komm. So, Leontien. Jetzt hab ich nächste Sache für dich. Und zwar, du musst dir jetzt Sticker kaufen. Ist doch voll easy, Marvin. Ja, ja. Nur Sticker kaufen. Ey, Leute, damit hab ich euch noch was richtig geiles vor. Lass mal schauen, welche Sticker nehmen wir. Ey, lass mal die Mar... Nee, das sind keine Sticker. Ja. Doch, das sind doch Sticker. Die kann man kleben, oder? Hier ist One Piece. Lass mal fragen, wie welche zum Kleben haben. Das sind keine... Das hier sind... Nein. Kann man auch nicht kleben. Wir fragen mal. Doch, doch, die kann man auch einkleben. So, Leute. Meister, Leontien kauft jetzt eine Packung. Mom, lass One Piece. One Piece kann man nur einkleben. Genau. Lass die jetzt mal kaufen, ne? Ja, komm. Wir suchen jetzt einen und dann klebst du den den ganzen Rücken voll, ne? Okay. Warte mal, komm, wir müssen mal gucken, dass hier irgendwelche Leute... Warte, da, da. Ja, da ist einer. Lass mal gucken, warte. Wir machen alle auf einmal. Warte halt fest. Aber ganz vorsichtig, Leventil. Nicht... Nur aufs Tisch. Ganz vorsichtig. Hier, mach den auch noch. Den zweiten. Leventil, mach mal den nächsten. Zwei haben wir gleich noch. Mach mal. Alter, der merkt das gleich schon. Steht wie Aufkleber am Rücken kleben, der Junge, ey. Crazy. So, jetzt komm. Ey, wollen wir... Was geht's? Alter. Zu Glück. Komm, willst du ein Foto machen? Alles klar bei dir? Willst du ein Foto machen? Komm, lass uns ein Foto machen. Ja, okay. Dann machen wir jetzt ein Bild, Leute. So. Ciao, ne? Ja, ciao. Alter, Leute, guck nicht mal den Rücken an. Hey, der hat gar nichts gemerkt. Komm, lass doch weiter. Ja, komm. So, Leontien. Ja? Wir sind jetzt hier bei Minecraft angekommen. Alter, guck dich mir diese Minecraft-Schüler an. Oh, geil. Ey, weißt du was? Ich hab jetzt eine richtig krasse Idee. Ja. Und zwar müsst ihr gleich ein bisschen gucken, Alter. Guckt mal, wie krass das hier alles aussieht. Oh. Das ist der echte Stand von Paluten. Genau. Also sein Zuhause. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen da jetzt gleich hin. Und dann klaust du einfach ein Buch von dem. Okay, mach ich. Ey, ich sag dir ehrlich, wir müssen aber echt aufpassen. Wir werden die ganze Zeit schon hier beobachtet, Alter. Ja. Ich glaub echt so, dass wir uns langsam im Auge haben. Ja, ich weiß. Wir gehen da jetzt erstmal ganz vorsichtig hin und gucken, ne? Können wir ja noch nicht auf... Oh, jetzt auch ruhig. Jetzt gucken wir erstmal, hier ist so Minecraft. Genau. Richtig krass. Boah. Und da vorne ist gleich der Stand von Paluten. Genau, das ist richtig krass. Boah, ich bin gleich echt gespannt, Leute. Wir gehen jetzt hin. Let's gucken, wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. Alter, hier ist ja mein Kaufzimmer. Boah, ist das Fettchen, ne? Ja. Boah. Alter, das ist ja sein Bett da oben. Oh. Oh. Oha. Martin. Ja. Meinst du, man kann sich da mal hinlegen oder machen eine Sitzprobe beim Paluten? Okay, mach ich. Zieh mal die Schuhe auf und geh mal hoch. Ey, das dürfen wir auch gar nicht. Vorsichtig, sondern krass noch ein. Passt das? Ist ja eigentlich ein Bett, da muss man sich mal reinlegen können. Guck mal, Paluten, ob man bequem schläft. Neues Schlafbett, ey. Ja, leg dich mal hin, guck mal, ob das gut ist. Ey, gute Nacht. Kann man gut schlafen, oder was? Ey, Marvin, weck mich auf in so zwei Stunden. Mach ich. Okay. Ey, Leontien, du musst runterkommen, wir kriegen voll Ärger. Der Typ hat grad schon gerufen. Ja, Entschuldigung. Geh, jetzt vorsichtig runter. Leontien, runter da. Kommt sofort runter da. Spinnst du bei Paluten auf? Ja, Entschuldigung. Digga. Was machst du denn da? Schneller. Ja. Sorry, wir gehen jetzt auch. Schneller. Digga, komm runter da jetzt. Leute, wir sind aufgeflohen, wir gehen jetzt erst mal weiter. Digga, weil Palla einfach in eine Kiste gepennt war. Frisch geil. Du hast jetzt grad das Haus von ihm gesehen, ne? Ja. Guck mal, hier hat der jetzt auch einen eigenen, richtigen Stand. Gebt euch das mal, wie krass das hier ist. Ey, ich hab eine richtig geile Idee. Ja. Boah, komm mal her. Alter, guck mal, da haben die so Mini-Paluten und alles. Boah, wie krass. Guck mal, es ist auch richtig viele, ne? Ja. Boah. Boah, ich hab ne Idee. Boah, wie krass. Guck dir das mal an. Ey, guck mal, hier ist auch so Paluten. Ey, Leontien. Team Edgar. Ja. Ist das ein Popsocket von dem hier, oder? Ja. Boah, das ist von ihm. Boah. Ey, guck mal. Ich hab ne Idee. Weißt du, was ich jetzt machen? Ja. Alter, guck mal den Riesenpaluten hier an. Boah. Boah. Was? Und hier ist auch so ein richtig großer. Boah. Krass. Ey, ich hab ne Idee. Schau mal, hier ist Mini-Mini-Paluten. Ey, lass mal jetzt hier was aus Paluten sein Haus klauen, okay? Ja, komm. Du brichst jetzt einfach bei dem einen und klaust was, okay? Okay, was soll ich? Also ich überleg jetzt gerade, Leute. Was wollen wir da mitnehmen? Soll ich das Schwein mitnehmen? Das Schwein? Ja. Was? Der guckt jetzt glaube ich gerade nicht. Ja. Wir machen das ja zu, Leontin. Geh mal hin und zieh durch. Warte, Leute. Warte, warte, der passt doch. Der guckt noch. Ja. Was ich jetzt machen? Mhm. Guck mal, da liegt noch so einer. Warte, warte, warte. Du klaust gleich einfach rein, okay? Okay. So, Leontin. Ja. Lass dich mal klauen jetzt hier, ne? Und dann holen wir ab. Komm, der guckt gerade nicht. Nein. Komm, lass doch schnell. Hey, nicht klauen. Ey, lass mich halt abholen. Ey, komm, schnell irgendwie lauf. Ich bin nicht klauen. Alter, wir müssen abbauen. Stell, stell auch ab. Komm, Martin. Lauf. Leute. Ja. Ey, bleib mal stehen. Du musst jetzt ganz kurz. Lass mich einfach damit weglaufen. Ey, stehen bleiben. Ja, Entschuldigung. Digga. Lass das Schwein zurück. Und du kommst jetzt mit mir mit, okay? Ja. Alter, Leute, Leontin ist jetzt erwischt worden. Ja, Entschuldigung. Scheiße, mal gucken, was jetzt passiert, ey. Oh mein Gott. Ey, Leontin. Ja. Shit, ey. Was ist da Schwein los? Alter. Nein. Was ist da Schwein los? Nein. Ey, Leute. Ich muss erst mal gucken, Leonti ist jetzt erwischt worden. Was wir jetzt machen. Ich geh mal langsam hinterher. Wir sehen uns gleich wieder. Ey, shit, ey. Leonti wird jetzt verhaftet. Ja, Entschuldigung. Ruck dich das mal an, Digga. Alter, der kommt jetzt zum Polizeiwagen rein. Ich glaub, die fallen ihn jetzt weg. Ey, Leute, ich bin einfach im Knast. Oh mein Gott. Ey, Leonti. Ey, Mann, ich bin im Knast. Ich hol dich da raus. Ey, Leute. Schaut mal, wie das hier einfach aussieht. Ich werde jetzt mit dem Polizeiwagen auf die Gamescom gefahren. Ich bin in der Schreis. Nein, ich bin in der Schreis. Und dann bin ich eigentlich.